Das nennt sich Morgenröte in Vornamen Carmen von Goddard, wenn alles zerbrochen und verloren ist. Und bemerkenswerterweise ist mir heute aufgefallen, dass ja allmählich der ganze Himmel insgesamt heller wird, in der Morgenröte und nicht nur dort, wo die Glühlampe sitzt. Das nennt man nicht L'Aurore, die Morgenröte, sondern L'Atmosphäre, Madame. Hello, Jonathan. Und Skydo ist auch schon wieder unterwegs.